Jo meine Freunde was geht ab bei euch X7 hier am Start Ampel an der Pirates Donnerstag und draußen schüttet es aus Eimern es ist windig und ihr hört es wahrscheinlich deswegen es tut mir leid ich kann nichts dran ändern ich muss beziehungsweise ich habe gerade Lust aufzunehmen und es wird auch Zeit aufzunehmen und ja draußen ist einfach so ein Wetter und ich kann leider nichts dran ändern weil ich in der Schräge sitze beziehungsweise neben mir eine Schräge ist vor mir und da hört man das wahrscheinlich noch extremer ich habe keine Ahnung ja egal kommen wir zum Spiel meine Base ist ziemlich weit aufgewertet wir arbeiten bald am Piratenversteck Stufe 7 aber ich habe gestern etwas geschafft was ich euch heute zeigen werde mein Schiff ist auf Stufe 5 Stufe 5 ist die höchste Stufe und jetzt kann ich meine ganze Map erkunden ich bin jetzt hier und reise überall und irgendwann habe ich 100% dann werdet ihr es natürlich in dem Video sehen aber das Schiff kostet 4,4 Millionen Grok wie kriegt man so eine Masse ja das fragt ihr euch und das werde ich euch heute sagen erstmal ein dickes Dankeschön an meine Gilde Team Heaven alle Mitglieder hier vielen Dank ich habe nämlich gestern gesagt bitte spendet doch in unserem Piratenfänger weil es ist ich brauche eine Stunde fünf um meine Truppen aufzubauen und nach jedem Angriff alle Truppen aufzubauen dauert ziemlich lange vor allem weil ich ja das Schiff aufwerten wollte habe ich gesagt komm bitte spendet da rein und meine Leute haben dann mit mir gespendet und haben sogar das und das auch noch aktiviert und dann ging die Angriffe noch leichter also vielen Dank an euch so jetzt kommen wir zu den Angriffen wie ich es gemacht habe erstmal meine Taktik aus dem letzten Video hat sich 100% bewährt die Gegner sind leichter sie haben mehr Loot und ich werde nicht mehr ausgeraubt also das ist die optimale Voraussetzung beziehungsweise auch das erste was ihr machen müsst wenn ihr irgendwas teures aufwertet auch wenn ich auf Piratenversteck Stufe 7 gehe müsst ihr beziehungsweise muss ich auch beziehungsweise es wäre gar nicht anders machbar gewesen man muss im Piratenrang fallen damit nicht so stark gekommen im Piratenrang steigen kann man immer und machen wir auch später gucken wir uns unseren Angriff unser Angriffs Logbuch an so das waren die um mich runter zu pushen hier war der erste Angriff mit 330.000 Grock immer meine gleiche Kombi und ich weiß selbst nicht mehr wie die Bases aussehen und wie ich das gemacht habe aber wir schauen es uns jetzt an so wann greife ich an was eigentlich mit der Kamera ach so dann können wir die einzelnen sehen ich glaube ich habe die irgendwie einen dahin gesetzt einen dahin gesetzt einen dahin gesetzt einen dahin gesetzt erstmal an den Rand also wenn ihr 100% erreichen wollt setzt am Anfang erstmal so einzelne Truppen an den Rand damit die da am Ende nicht noch hinschwimmen müssen weil das ist dann zu aufwändig ich glaube ich habe gewartet bis die Dinger weg sind hab dann da Dicke hingesetzt ja jetzt sind da die Dicken dann sind die Mörser abgelenkt auf die und auf die und ich greife von hier unten an und ähm räume ziemlich stark die Base auf bin schon mittendrin jetzt aktiviere ich bei meinen Diebinnen die Spezialfähigkeit dass sie erstmal unsichtbar sind dann jagen sie alles hier weg sterben irgendwann aber unsere Truppen sind ja sowieso stark und das war sogar eine auf der höchsten Stufe ähm aber die Base war wirklich sehr simpel gehalten und das ähm ist ein einfacher 3 Sterne Sieg für uns gucken wir uns den nächsten an so das sind 244k Grog ein Koreaner ja ich meine schon aus der Gilde Tina naja tut mir leid Koreaner du verstehst mich sowieso nicht 244k Grog normal würde ich sowas ja nicht angreifen wenn ich auf Gold gehen würde beziehungsweise an einem normalen Tag mache ich so ausgeglichen aber hier ging es ja nur um Grog wo schieße ich denn überhaupt achso ja unten ich habe zwar einfach auf das ähm auf das Piratenversteck geschickt dass sie da ein bisschen aufräumen und jetzt droppe ich hier die Dicken damit die Mörser wieder abgelenkt werden und hier und greife von hier oben mit meinen Truppen an so geht eigentlich die Taktik immer auch spontan ähm setzt eure Dicken zur Ablenkung von den Mörsern irgendwo hin und greift dann von der anderen Seite mit euren Schützen und mit euren Bombenlegern und wie auch immer an und ähm ja es wird ein einfacher Sieg für uns wir räumen die Base auf obwohl er schon relativ hoch gelevelt ist mit seinen Sachen ähm kein Problem ihr seht trotzdem trotz so viel Loot braucht es natürlich ewige Angriffe bis wir ähm so viel haben so weiter jetzt habe ich mich extra wieder im Rang fallen lassen damit nicht irgendein stärkerer kommt ähm hier habe ich glaube ich Mist gebaut hier wollte ich eigentlich nur ein bisschen aufräumen weil die Base mega schwach ist hab dann aber am Ende alle gesetzt was eigentlich gar nicht mein Plan war aber naja ich habe natürlich also nicht alle alle Schützen habe ich gesetzt nicht alle alle Truppen weil ähm ich dann weniger wieder aufbauen muss aber das war ein bisschen kleiner Fail Angriff ähm es kommen aber noch ein paar hohe Summen gleich ihr seht schon so gucken wir uns den hier an ähm 300.000 Grog mit nur 7 Schützen 1 Dicken und 4 Dieben jetzt zeige ich euch wie ich das gemacht habe die Base ist wirklich scheiße es tut mir leid aber er hat wirklich alle Lager da unten und deswegen habe ich einfach nur aufgeräumt dass die ähm dass die Mörser auf den konzentriert sind damit ich den Rest einfach so weg holen kann und ähm ja ich glaube das ganze Grog ohne wirklich viele Truppen zu verlieren und kommt dann direkt wieder weiter angreifen nach 10 Minuten oder so naja vielen Dank dafür mein Freund ähm das waren 300.000 hier der nächste 600.000 Grog das war ne Base meine Güte hat er viel so die Base ist auch noch mega einfach wieder ähm die Dicken setzen wir einfach als Schutzschild beziehungsweise als Ablenkungsmanöver ein und greifen dann mit unseren mit dem Rest von den Truppen einfach so an schicken unsere wie heißen die Luftpiraten rein die sind nämlich wirklich sehr überpowered ähm overpowered also diese Fähigkeit dass sie so im Flug schießen können holt ihn euch also levelt ihn auf jeden Fall auf so weiter geht's ähm wo waren wir meine Güte gibt es so viel noch zu zeigen das habe ich gezeigt das habe ich gezeigt hier war mein Sieg so hier habe ich wieder im Rang fallen lassen dann kamen 300 und 200 und dann 400 ähm mal gucken irgendeine hohe Summe noch 700.000 und 800 ich zeige euch noch die 700 und 800 Tausender ähm das ist nämlich wirklich übertrieben so viel Loot hatte ich noch nie die Base ist wirklich hoch gepusht ähm schlimmer schlimmer einen schlimmeren Platz gibt es gar nicht weil die Grog Lager genau in der Mitte sind und von allem umzingelt aber kein Problem ich habe als erstes den Dicken gedroppt dass er seine Truppen rausholt mein Vorteil ist dass die Mörser beide auf der so jetzt auf der rechten Seite sind und sich jetzt auf die Dicken konzentrieren und dann kann ich von hier unten einfach mit allen meinen Truppen aufräumen warte dass die ähm Bombenleger Löcher hier in den Zaun machen und jetzt kann ich meine meine Diebinnen schicken und dass der Vorteil ist wenn die Bombenleger in der Mitte bei den Lagern explodieren dann machen sie ja noch mehr Schaden durch die Fähigkeit von denen und ja wir haben 4,4 Millionen Grog und das war der letzte Angriff dass ich mein Schiff aufwerten konnte und eben hatte ich noch einen guten Angriff den ich euch zeige ähm ja also diese Folge leider kein persönlicher Angriff von mir weil wir können einen persönlichen Angriff machen obwohl das Video schon lange geht ähm eben vor 56 Minuten ein 800k Grog-Rate episch episch er hat zwar schon ähm mystische Mörser auf beiden Seiten hat ähm die Mörser auf der höchsten Stufe ist wahrscheinlich ähm bis auf die Bunker und die Kanonen fast so hoch gelevelt wie ich also fast eben würdig aber ähm keine Chance mit von ich greife alles greift von hier unten an ich droppe meine also meine Dicken haben wieder Schutzschild rechts und links oben so und von unten ist jetzt Platz für meine Diebinnen gleich oh ich hab Pause ähm ja jetzt droppe ich meine Diebinnen durch die Bombenleger sind ähm Lücken im Zaun entstanden und jetzt hole ich mir das ganze Grog und es hat ihn wahrscheinlich geärgert wie viel war das? 800.000 oder 900.000? 877.000 Grog das ist wirklich übertrieben viel und wir können jetzt nochmal angreifen gucken wir gucken wir ob wir eine Base haben die einfach ist und viel Grog hat nein 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 oh mein Gott 900.000 die Base ist schwierig gucken wir mal wie wir das machen da und da ok wir versuchen es ich hab keine Ahnung ob wir es schaffen 1 2 3 1 2 3 wieso ich das mache weil Mist Mist ich hab was übersehen ich hab nicht gesehen dass das Schiff da ist das könnte leichte Probleme für uns bringen wenn er jetzt auf das Schiff läuft gleich wäre es ein Problem ok Taktik Umänderung wir müssen jetzt ah es ist problematisch dieses Schiff stört mich übertrieben los ich droppe schon mal alle meine Truppen und droppe ihn weil die jetzt auf das Schiff gehen das ist das Problem können die nicht auf die Mörser so jetzt droppe ich hier die 2 Dicken droppe ich hier die 2 Dicken dass die auf die Mörser gehen und jetzt wenn das Schiff kaputt ist gehen sie nämlich nach vorne und ähm machen das was ich will ja es es läuft glaube ich besser als erwartet so ihr seht es ist noch wirklich viel wir haben noch viel vor uns das wir besiegen müssen aber wir haben gleich eine Lücke im Zaun können unsere Dinger hier hinsetzen weil der Wind in die Richtung geht und zack wir sind durch den Zaun durch können unsere unsere Diebinnen einsetzen wir haben alles Grog geklaut und ihr seht selbst wenn man sich ein bisschen verplant kann man es noch schaffen das wichtigste ist einfach dass ähm die Dicken freien Platz haben um äh zu den Mörsern in die Nähe von in die Reichweite von den Mörsern zu gelangen damit die ähm die ablenken und ähm das Ding ist setzt am Anfang ein paar Schützen damit die die großen Gebäude auf wegräumen und wenn ein Schiff im Weg ist dann droppt am besten alle Truppen damit das Schiff schnell zerstört ist damit sie dann äh den Weg nach vorne laufen und wir haben 600.000 und 900.000 Grog meine Güte also das ist ein sehr guter Schritt in Richtung Voodoo Hütte Stufe 3 kostet 4 Millionen also noch 1,3 Millionen wenn noch so ein Angriff kommt dann bin ich durchaus zufrieden also meine ähm Angriffsstrategie ist eigentlich mega also sie klappt bei jeder Base ich bin wirklich zufrieden damit die hier benutzen viele und die hier benutzen viele das Ding ist nur die sind mir viel zu teuer deswegen meine Angriffsstrategie ist die günstigste die sich am besten bewährt es gibt bessere wie gesagt mit diesen Zauberern und den Dicken aber die kostet mehr Grog und wenn man auf Grog aus ist dann sollte man meine Strategie benutzen die habe ich mir selbst ausgedacht mit der Zeit wie nenne ich die Strategie wir haben Schläger und Schützen Schlützer nein ich weiß nicht ich habe keinen Namen für die Strategie wir haben ja auch noch Bombenleger und ähm Diebinnen und ähm Luftpirater Himmelsstürmer nicht Luftpiraten Himmelsstürmer also ähm keine Ahnung wenn euch mal ein Name dafür einfällt dann schreibt ihn in die Kommentare wir können jetzt das letzte Stück Zaun beziehungsweise Mauer aufwerten jetzt habe ich alle Mauer auf der höchsten Stufe kann nichts mehr mit meinem Gold anfangen deswegen spare ich jetzt für das Piratenversteck Stufe 7 davor muss das Goldlager erstmal aufgewertet sein sonst kann ich nicht genug tragen ansonsten hoffe ich dass ihr was gelernt habt dass ihr Spaß hattet und ähm wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Donnerstag beim nächsten Planner Pirates Video wieder und haut da rein Freunde bis zum nächsten Mal Ciao